Mit WordPad im Office Format speichern WordPad, das kleine Word, das Microsoft mit Windows 7 mitliefert, kommt nun ebenfalls mit dem Ribbon Interface von Office daher. Außerdem kann es Text im Office Open XML Format speichern, sowie etwa Word 2007 auch. Damit sind die beiden ungleichen Brüder nun kompatibel. Öffnen Sie WordPad über die Befehlsfolge Start – Alle Programme – Zubehör – WordPad. Geben Sie Ihren Text ein und klicken Sie zum Speichern auf die Schaltfläche WordPad links oben. Zeigen Sie mit der Maus auf Speichern unter und wählen Sie im Untermenü Office Open XML Document. Oder klicken Sie auf Speichern unter und wählen Sie unter Dateityp das entsprechende Format aus. Wo ist die Presse? Das ist ein, der Korrekt ist. Das kann man sich an, wenn man sich an, wenn man sich an, können wir nun auf die Schaltfläche hochstellen. Also, hier ist die SUPF-Förungstheist. sondern an sich an die Schaltfläche, dann warte, oder auf die Schaltfläche, das kann man sich an, wenn man sich an diese Schaltfläche noch nicht mehr so anfing. Vielen Dank.